Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Bussenbahn1990 Heute zeige ich euch mal den Fahrgarten und Automaten der hessischen Landesbahn hier im Nend Es stehen verschiedene Siegel als Schnellwahl, Westerburg, Wyss, AOC Weitere Tickets in Nationen Hier kann man an der Falsdickel gerade für Land Unruhbar Tickets haben wir 400 Fahrer, gerade DB Ich bin hier in Deutschland unterwegs Und dann dort schon ein Taktikett NRW Wunderschöner Fahrticket, Pfandticket Hier wird auch für Fahrgarten gerichtet, okay Bravo Weitere Fahrzeuge, ich bin mal gespannt Es sind verpflichtende Nummern Ich versuche mal jetzt Tschüssweg anzugeben Dachsteg In Riesesse zu Hilfe Duisburg 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 kann er leider nicht finden Versuch mal jetzt hier Was kann er sowieso nicht finden Versuch mal hier mit Köln Köln müsst ihr finden Wo ist das U jetzt? OEM 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 Google ist ab Köln Kann er finden VHS Tarif, einfache Fahrt 12,50 Mit Wassercard Visa Maestro Geocard Und natürlich auch Medfahr Und wie in Deutschland üblich auch Medfahrgeld Aber hier Ein Geldschein im Bescheid Und kein Verkauf Innerhalb des Hohen Innerhalb des MV-Gebiets Weitere Fahrkarten Wochen-Tickets Das sind nur das Tickets Risse 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 VRM Tarif genau 23 Krass Dann wird der Einzelfahrschein Weitere Fahrkarten Auch Hessenbahn Frankfurt 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 Ist auch hier Hier Kallenbocker Dankeschön Wir müssen einfach Klass machen Hohen